Hallo, es geht weiter mit Let's Play Yoshis Woolly World. Beim letzten Mal haben wir uns durch Lawinen gekämpft, Sternen-Yoshi erhalten. Jetzt geht's auf zu nicht den Faden verlieren. Na, das klingt doch nach Spaß. Hm, es sieht aus, als würden wir auf den Berg drauf klettern oder so. Was im Grunde nach einem coolen Abenteuer klingt, aber... Ja, warten wir mal ab, wie es dann wirklich aussehen wird. Ähm... Oh Gott, nein. Oh nein. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Hm, 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 hm. Ah, 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 ah. Überhaupt nicht schön. Ist hier irgendwas... Ja, natürlich ist da was versteckt. Natürlich! Oh ja, oh, hm, hm, hm. Ist vollkommen klar. Ist vollkommen klar. Ach, da rechts ist auch noch was. Oh boy. Oh boy. Ich hoffe mal, das hier ist jetzt richtig. Ähm... Äh... Ah, ich wusste sogar darum. Ich bin verwirrt, diese 10.000 Türen. Ähm... Ähm... Wo gehst du lang? Du gehst einfach nur so im Kreis rum. Okay, es scheint so ein bisschen... Labyrinth-mäßig zu sein. Was ich ganz schön finde, solange ich immer... ...zurück kann. Und nicht irgendwann an eine Stelle komme, wo ich nicht mehr zurückkomme. Ich brauche eine Tür ein bisschen weiter unten. Die da? Die da? Ja. Da ist das Blümchen. Ähm... Was machst du? Deine Treppe oder so? Lopsball. Perfekt. Okay, da ist noch was versteckt. Das ist auch okay. Da ist ein Speicherpunkt. Würde ich den schon haben? Na gut, ich nehme ihn mal mit, wenn wir schon da sind. Ich glaube, das ist ziemlich nutzlos, oder? Ich gehe trotzdem mal da rein. Aber ich glaube, da wären wir auch von da unten schon hingekommen. Von da dürfte ja eigentlich nichts... ...wichtiges sein. Huch! Da oben war Wolle. Da oben war Wolle. Wo bin ich? Ach, hier am Anfang. Hier am Anfang. Okay. Das gefällt mir bisher. Das ist so rätselhaft mäßig. Das ist schön. Wie gesagt, solange ich mir jetzt nicht irgendwie so total den Weg verbaue... ...ist das vollkommen okay. So, hier. Was ist hier denn? Waren wir hier schon? Hier waren wir noch nicht. Ah, da kommt... Da kommt Boden. Das ist doch cool. Gehst du jetzt irgendwie da hoch? Das wäre auch cool. Gehst du noch höher? Hm. In Ordnung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott. Hier. Will ich jetzt da hoch, oder will ich jetzt erst links lang? Wahrscheinlich hätte ich erst links lang gewollt. Verdammt! Komm schon, Yoshi. Na gut, gehen wir mal hier rein. Wir werden schon wieder irgendwie runterkommen. Ah, okay, jetzt haben wir da. Vielleicht hätte ich auch da rüber gewollt dann. Na gut, erst nochmal hier. Was kommt da aus der Röhre raus? Ich verstehe. Okay. So. Dann will ich zu der Tür da drüben. Glaube ich. Denke ich. Meine ich. Plopp. Okay. Da hoch. Okay, da ist noch ein Topspal. Mhm, 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 mhm. Gehst du jetzt noch höher? Ich will aber erst mal hier hin, glaube ich. Oder war ich hier schon? Oh, hier war ich schon. Okay. Ich habe mich geirrt. Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich gar nicht hin. Hier? Verwirrung. Verwirrung. Ich bin da irgendwie höher noch. Äh, okay, nochmal in die Mitte. Nochmal in die Mitte. Hui. So. Ich will nochmal da rechts hoch. Hoch. Oh Gott, ich muss warten, bis das Ding kommt. Ups. So, jetzt. Jetzt ist das Teil hier da. Okay. So, ich will nochmal da rechts hoch. Okay. Juppa. Okay, gehst du noch eins höher? Jawohl. So. Sehr schön. Jetzt kann ich da drauf. Kann nochmal hier rein. So, und will jetzt. Ja, hier hin. Hier war ich nämlich noch nicht. Kann mir jetzt diese Blume mitnehmen. Okay. So, und jetzt will ich da einfach mal mit dem Teil so weit gehen, wie es geht. Vermutlich. Jetzt haben wir rechts oben. Die Tür links, da hatten wir schon. Ich habe sie nur noch nicht wiedererkannt. Sie sollten ein paar Nummern dran machen oder so. Ob man sich ein bisschen orientieren kann. Oder Buchstaben oder irgendwelche Symbole. Aber die haben verschiedene Schneeflocken dran, sehe ich gerade. Hm. Aber auch nicht alle. Ne, manche sind sehr ähnlich. Okay. So, jetzt will ich mal gucken, wo mich das hier hinführt. Wahrscheinlich hier ganz hoch. Das Ding geht jetzt noch weiter da runter. Hätte ich da noch weiter drauf bleiben müssen? Ja, hier ist ja überhaupt nichts. Hm. Wollte ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das wollte. Nee. Nee, weil jetzt bin ich ja wieder hier. Hier war ich ja schon. Oh Gott. Es ist sehr verwirrend, aber ich mag es trotzdem bisher. Ich mag es trotzdem bisher. Jetzt bin ich tot. Jetzt mag ich es nicht mehr. Aber wir hatten einen Speicherpunkt. Cool. Ich kann mich jetzt auch voll dran erinnern, was wir schon alles geholt haben und was nicht. Jedenfalls war hier irgendwo ein verstecktes Fragezeichen gerade. Ähm. Hier? War das hier? Da. Okay. Herzchen. Wow. Auf einem fliegenden Teil. Bin begeistert. Bin total begeistert. So. Was habe ich denn noch nicht geholt? Die Sachen hier haben. Ich habe die Blume da auf jeden Fall. Okay. Gut. Heißt. Ah, okay. Hier waren wir noch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Unser Lieblingsweg hier hoch. Den wir noch gar nicht oft lang gegangen sind. Plopp. Und plopp. Und plopp. Und plopp. Und plopp. Und plopp. So. Nee. Es ist echt knapp hier hoch zu kommen. So. Rein da. Nee. Nee. Bist du ein Stempel? Du bist ein Stempel. Okay. So. Dann musst du aber nicht zweimal durch. Plopp. 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 Weil ich jetzt schon beides habe. So. die links, die links, die, die links der Tür, die Tür da links, müssten wir jetzt eigentlich auch schon gehabt haben vorher. Das heißt, wir können einfach hier, ich weiß noch nicht so ganz, worum ich das Ding hinführen soll, im Endeffekt. Also was mir das bringt. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Weil, also jetzt da runter zu gehen, wieder mit dem Teil des Blödsinn. Da hoch komme ich nicht. Hier? Ah, hier ist was versteckt. Wow, das hilft mir weiter. Hier ist was versteckt. Wolle. Das ist doch schon mal schön. Das ist sogar die zweite. Ah, da links fliegt auch was rum. Da links fliegt auch was rum. Ja, dann komm, komm du doch mal her. Vielleicht kannst du mir irgendwie weiterhelfen. Ähm. Ja. Aha. 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 Aber ich möchte wahrscheinlich erst mal die Wolle haben. Ah, jetzt kann ich aber noch hier hoch zur Tür. Okay. Sieht doch gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt irgendwas versteckt. Plopp. Äh. Ah. Und wahrscheinlich sollte man jetzt erst den Checkpoint mitnehmen. Ach, ich kann da hoch. Oh, jetzt komme ich natürlich nicht mehr runter. Oh, jetzt haben wir, haben wir alles. Ich hoffe mal. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt alles haben. So. Das fand ich aber eigentlich ganz schön jetzt. Das war ganz schön bisher. Äh. Ach, jetzt sind wir hier. Gut. Und jetzt kommen wir quasi in der Etage höher. Wahrscheinlich wird das Prinzip aber, ja. Das gleiche bleiben. Dann muss ich mich erst mal umgucken hier. Oh Gott, das war knapp. Hier ist eine Tür. Okay. Ist hier oben noch was versteckt. Versteckt das Fragezeichen oder so. Dann können wir wahrscheinlich hier in der Mitte irgendwie hoch. Oh, ja. Mit dem Ding da. Da ist ein Checkpoint. Ich glaube, ich möchte mitnehmen. Jetzt wo ich hier oben bin. Oder? Schauen wir erst mal hier rein. Ähm. Da komme ich nicht hoch. Okay. Ich will den Checkpoint jetzt mitnehmen. Dann werden den anderen zu früh genug machen. Und einfach alle zu früh jetzt. Gleichzeitig dann irgendwie wieder aus. Okay. Ähm. Fang mal da links an mit der Tür. Hey, Knopftür. Hast du eigentlich noch irgendwas versteckt? Warum treffe ich den denn nicht? Dankeschön. Hä? Hä? Nein. Na gut. Hätte ja sein können, nicht wahr? Hätte ja sein können. So. Dann schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Das ist schon mal ein Pfeil. Das ist schon mal schön. Okay. Da ist irgendwas versteckt. Herzchen. Okay. So. Ähm. Ja. Ja. Okay. Da ist eine Blume. Blume 3. Blume 3. Sehr gut. Dann sind wir schon nochmal in der richtigen Reihenfolge hier. Das ist doch schön. Jetzt soll ich da runter. Jetzt bin ich jetzt schon mal bei der Tür bei dem Checkpoint. Ne? Ja. Perfekt. Okay. Dann bin ich jetzt hier hoch. Komme ich da drauf irgendwie? Ich glaube nicht. Okay. Aber hier war doch irgendwo was. Hallo. Genau du. Genau dich meine ich, Kumpel. Genau dich. Ah. Uh. Wow. Hä? Es bewirrt mich. Es bewirrt mich. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Hä? Ah. Okay. Aber die kommen immer wieder. Dann geht das in Ordnung. Ähm. Zu viel. Zu viel. Könntest du bitte erstmal sterben? Das wäre mir eigentlich am liebsten. Da sind ganz... Ich will erstmal darunter jetzt. Weil es müsste doch jetzt hier das andere Ding sein, was ich so gesehen habe. Oder? Hä? Hallo. Hallo. Ja, du da. Warum bist du denn hier? Für was? Ah, dafür. Dafür. Aha. Und ein Dops-Ball. Naja, der bringt mich aber auch nicht ganz hoch. Na gut, dann muss ich hier nochmal hoch. Was war das jetzt? Wolle? Wolle 4. In Ordnung. So. Dann. Was gibt es hier jetzt noch alles? Äh. Darüber. Und darüber ist immer so abwechselnd. Okay. So. Ähm. Geht das hier? Quetsch, quetsch, quetsch. Ach. Ja, super. Okay. Pff. Hat mich jetzt Herzchen gekostet, aber ich habe das Ding gerade bekommen. Ich weiß nicht, ob da unten jetzt noch irgendwas gewesen wäre, aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. Erstmal, äh. Hier rein. Mal gucken, was hier passiert. Nom, 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 nom. Ich hoffe, es ist nicht aus Versehen der richtige Weg jetzt. Denn uns fehlen ja noch Sachen. Blume 4. Äh, ich wollte eigentlich noch nicht da rein. Aber ich glaube, es sah gerade eh sehr optional aus. Okay, ich wollte hier noch rumspringen. Da ist aber nichts. Dein Armand. Auch nicht? Okay. So. Ähm. Ah, wir sind jetzt hier. Okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist schon mal cool. Will ich da hoch oder will ich da rein? Das Spiel, woher soll ich ja wissen, wo ich zuerst hin will. Na gut, ich vertraue jetzt mal drauf, was das hier optional ist. Okay. Herzchen. Sehr schön. Können wir gebrauchen. Das ist nämlich gerade irgendwie an so einem Gameboy-Spiel von Kirby. So mit diesen Reihen hier. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, um was. Okay, sind ganz schön viele versteckte Fragezeichen, aber es ist in Ordnung, weil die einfach alle hier so am Rand sind. Klopp, Stempel. Okay, aber wir müssten ja eigentlich nochmal reinkönnen, oder? Schätze ich mal, wenn ich hier runtergehe. Wupp. Und hier runter. Wupp. Okay, und hier wieder rein. Geht das? Jawohl. Und Wolle. Das war die letzte Wolle schon. Okay, es fehlen doch noch vier Stempel. Ich glaube, es fehlen noch so viele Stempel, aber... In Ordnung. Was bist du denn? Das könnte ein Stempel sein. Das ist gut. Huch. Oh, es sind ganz schön viele Fragezeichen noch. Oh Gott, Doppelknöpfe. Ihhh. Ihhh. Nein, nein, nein. Nicht runter, 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 bitte, 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 bitte. Zu viele Knöpfe. Zu viele Knöpfe, sag ich euch. Das macht mich bekloppt. Herzchen. Auf diesem Fließbandteil hier. So. Ach, ich hab das Gefühl, ich brauch die Knöpfe noch für irgendwas. Da ist wahrscheinlich das Ende da links. Ach, ist mir egal, ich bring's um. Ich bring das Ding jetzt um. Im Notfall hol ich mir eine Melone, ganz ehrlich. Ist einfacher. Ja, wahrscheinlich hätte ich sie gebraucht, um so krass da hochzuspringen. Nein, nicht runterfallen. Da kommen wir aber so hin. Ja, das war der letzte Stempel. Cool. Ähm, kann ich hier irgendwo stehen? Okay, wir haben nur noch ein Wollknäuel. Ich muss mal kurz Boden. So. Halten wir das einfach an. Und jetzt springen wir schön hier rüber. Plopp, bis ich hier mich hinstellen kann. Dann schießen wir da drauf. Und die letzte... Oh, die letzte Blume. Dann haben wir alles. Ja. Sehr schön. Okay. Wupp. Raub hier. Auf den Gipfel des Berges. Und, ähm, ja. Wir haben alles. Ich hab so keine Wolle mehr. Ab ins Ziel. Sehr schön. Das war ein schönes Level. Das ist definitiv mein Lieblingslevel dieser Welt bisher. Definitiv. Hier war auch kein rutschiges Eis. Hm. Sowas aber auch. Schon hab ich Spaß. Hm. Nicht den Faden verlieren. Boah, alles gefunden. Ich fand das schön. So, so Bergsteigen. Und es war auch... Man konnte sich nicht den Weg verbauen. Man kam immer nochmal zurück, wenn man was verpasst hat. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön gemacht. Schön zum Erkunden. Aber trotzdem kann man sich nichts verbauen. So gehört sich das. Schönes Level-Design. Finde ich gut. Finde ich gut. Willkommen neuen Yoshi. Hm. Hm. Sieht sehr dunkel aus. Sieht aus dem Schlumpf. Hosen-Yoshi. Bin dabei zusammengehäkelt. Hosen-Yoshi. Hosen-Yoshi. Warum Hosen-Yoshi? Was? Äh. Äh. Was ist Papa-Schlumpf? Ich nenne den Papa-Schlumpf-Yoshi. So. Beim nächsten Mal gehen wir mit Papa-Schlumpf-Yoshi auf diesen... ...kleinen Eisberg. Also dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020